Elu spielt so gerade so ein bisschen wie so ein spanischer Sandplatz-Tennis-Spieler. Topspielen einfach rein und es klappt. Also das ist gerade ein Spiel, wo ich aber irgendwie selber nicht wiedererkenne. Er spielt ungern gegen Leute, die keinen Tischtennis spielen und Elu spielt Tennis. Ja, unangenehm, ich weiß, er spielt hier Roland Garros. Ja, da ist er, guck mal, da war die Rückhand. 4-8. Oh, das sind genau diese Momente. Man muss es dann auch nochmal geben, weil man das Gefühl hat, dann, oh, krass, okay. 11-5, bin ich ehrlich, überrascht mich. Ja, überrascht uns alle. So bei 8-5, das fühlt sich, der Weg ist weit irgendwie, um das wieder auszugleichen tatsächlich. Aber da ist noch alles drin, am Tischtennis ist alles möglich. Kommt er zurück und das braucht er. Das sind die Bälle, die Abo jetzt braucht. Maelo verlässt sich auf seine Defense-Kunst und das macht er wunderbar. Auch den spielt er wieder hoch, der kommt drauf. Ganz stark jetzt von Maelo. Und Abo kam nochmal zurück. Er muss natürlich jetzt ruhiger spielen, Risiko. Und tatsächlich ist es soweit, eine Riesenüberraschung. Maelo schlägt in zwei Sätzen. Abo, den Top-Favoriten, mit 11-5 und 11-6.